Die Beratung der Europäischen Sammlung in der Jürgen-Körpferde Ein Papier, das haben wir sehr gut aussehen, weil die Schusspapiere in dieser Europäischen Sammlung ist besser als 20 Jahre alt. Heute? 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 Heute ist es in der Vorbereitung sondern auch dezidiert um die Wirtschaftssysteme, Umwelt, Kastungsfragen, das war alles geregelt, sehr präzise, auch zugeschnitzte, der nicht ausgebildet ist, auch ausgebildet als die manchen anderen europäischen Versandungen. Also diese ist die IA-I-I-A. Aufgrund der Länder, im Umgrund ging dann dieser Prozess, dieser politische Prozess, und sie haben Prozesse. Und wenn wir glauben, in der Stadtgangswirtschaft, dann will ich erst einmal gut sein, das war unzuwahrlich. Wir haben uns erfährlich, und wir gehen und gebracht haben, diesen Prozess voranzubreiben, kam zu diesem Bericht, da haben wir schon zweimal sich in eine Initiative für die Aufnahme ins Konzeptraumprozesses gebunden. Da gab es eine Teil der Basisversammlung, und diese Hütte, das ist das zweite Bericht, über das wir heute in diesem Bericht denken sollten, in der großen, ersten, an samtdeutschen Organisationversammlung in Dresden, in Erfurt, im März, in Erfurt, 36, mit weitem 150 Teilnehmern, aus Ost- und West- und Prof. Hesma, bei einer der Aufmerksamkeit, und diese versammelt unter dem Thema unser Wirtschaftssystem, nieder Gottes Kreis, unser Wirtschaftssystem nieder Gottes Kreis. Wir haben uns umstritten, wir sollten fünf Wagenzeichen verstritten, bleiben aufzeigen. Wir haben einen Punkt, wir lassen und haben diese Interpretation bei dem Prozess des Vertraums, was über Themenversammlung, auch ein radikal, einen nationalverändernden Wirtschaftssystem. Ich meine, wir ein Stück zu Recht, sagen zu können, dass bei den europäischen Basiskoliken unter der Bauerkennung, hier die Gefrakensteuerung des westlichen Wirtschaftssystems sehr gut sie vorangegangen wird. Die Beifahrung möchte ich gerne als solche, damit wir sie haben, die Beifahrung. Ich wünsche mir, dass wir die Beifahrung haben müssen, bei den Beifahrungsbestellungen, die sehr großartig und die sehr großartig werden können. Vielen Dank. Applaus